Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Great. Wir testen heute und zwar in aller Ausführlichkeit Sidos beste Barbecue Produkte. Das Pulled Pork, das Brisket, die Rippchen, aber auch die Gewürze, die Soße und so weiter. Wir vergleichen das Ganze mit Supermarktprodukten, mit Discounterprodukten. Ist das dasselbe? Ist das besser? Ist das schlechter? Wir gucken, wo sind die Soßen her? Sind die Soßen geklaut von anderen Firmen? Sind die einfach nur umgelabelt? Wie viel Sido steckt wirklich in den Produkten drin? Und ihr bekommt natürlich auch hier wieder Hintergrundinfos, die ihr auf anderen YouTube-Kanälen nicht bekommt. Ich habe viel recherchiert, ich habe euch viel zu erzählen und es wird wirklich interessant. Los geht's! Wie immer, wenn ich ein Video mache, stehe ich nicht einfach nur am Grill, klatsche irgendwas drauf, probiere das und sage dann, ob es mir schmeckt oder nicht, sondern ihr erfahrt auch immer Hintergründe zum Thema, wo kommt das Fleisch her? Welche Qualitätsstufen hat das? Wie wurde das verarbeitet? In diesem konkreten Fall jetzt hier bei Sido, hat Sido wirklich daran mitgearbeitet und so weiter und so fort? Weil das Ganze natürlich ausführlich ist und das Video vielleicht ein bisschen länger wird, schaut unten mal in die Timesteps. Dort findet ihr die einzelnen Abschnitte natürlich markiert und ihr könnt immer dorthin springen, was ihr sehen wollt. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier natürlich einen Daumen nach oben dalasst und einen netten Kommentar schreibt. Damit würdet ihr meine Arbeit honorieren und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun, denn wenn ihr auf Barbecue-Content steht, dann seid ihr hier an der richtigen Stelle. Die Produktlinie hier von Kreuzers mit Sido heißt Sidos Beste. Sidos Beste ist natürlich so ein bisschen marketingtechnisch, aber das verspricht natürlich auch was, was wir als Verbraucher haben wollen, denn wir wollen das Beste haben. Vorgegarte Convenience-Produkte sind jetzt nicht immer so als das Beste bekannt und ich weiß aus der Barbecue-Szene, dass es natürlich etliche Leute in der Barbecue-Szene gibt, die sowas sofort zerreißen und sagen, das kann nicht gut sein und das ist schlecht und wenn sie es dann probieren, voreingenommen da rangehen und sagen, nee, das ist nix. Ich weiß aber auch, dass es auf der anderen Seite Sido-Fans gibt, die einfach den Namen Sido lesen und sagen, boah, das ist von Sido, das muss geil sein, Sidos Beste, kaufe ich mir mega. Das bedeutet, ihr werdet so oder so, je nachdem welches Review ihr euch durchliest, immer voreingenommene Meinungen haben. Ich versuche, und das ist mein Anspruch hier heute an das Video, total neutral daran zu gehen. Mir ist es komplett egal, ob das Fertigprodukte sind oder nicht. Ich werde euch gleich was zum Zubereitungsverfahren von den Produkten auch nochmal sagen und werde euch erläutern, warum die nicht unbedingt schlechter sein müssen als tatsächlich auch selbstgemachte. Werde aber auch nicht rangehen und sagen, Sido ist so ein cooler Typ, den feiere ich und deswegen sind seine Produkte auch auf jeden Fall geil, sondern wir werden wirklich gucken, wie gut die sind. Und die Produkte, die Sido und Kreuzers gewählt haben, sind die sogenannte Holy Trinity. Holy Trinity ist die heilige Dreifaltigkeit des Barbecues. Darunter versteht man Pulled Pork, Beef Brisket und Rippchen. Das sind so die drei Highlights, die man im Barbecue-Bereich machen kann. Das sind so die drei Top-Gerichte und darauf haben die sich jetzt fokussiert. Das bedeutet, eine Spezialisierung auf die drei besten Sachen entspricht auch dem Motto Sidos Beste. Kann ich schon mal positiv hervorheben. Zusätzlich haben wir jetzt auch noch zwei Rubs. Einmal für Rind, also hier für das Brisket und einmal für Schwein, für die beiden anderen Produkte. Und wir haben eine Barbecue-Soße, die sowohl für das eine als auch für das andere gedacht ist. Was ich mich direkt gefragt habe, ist, sind das hier Standardprodukte, die einfach umgelabelt sind und dazu sind ein paar schöne Gewürze rausgebracht worden oder ebenfalls umgelabelt? Oder wurden die Produkte wirklich entwickelt und die Gewürze sind so gut, dass die mit den Gewürzen die Produkte zubereitet haben? Und ich habe herausgefunden, Letzteres ist tatsächlich der Fall. Diese Produkte hier sind mit den Gewürzen und der Barbecue-Soße hier aus demselben Set auch gewürzt. Das bedeutet, die sind zumindest ihrem Motto Sidos Beste treu geblieben und sagen jetzt nicht, das ist das beste Produkt, aber mit anderen Gewürzen und das sind die besten Gewürze. Warum hat man die da nicht hierfür verwendet? Man hat tatsächlich diese Gewürze und Soßen auch für die Produkte verwendet. Das war noch nicht alles. Wir haben zusätzlich noch Burger Buns und und zwar diese hier. Die kommen auch in so einer roten schönen Pappverpackung, sind innen drin aber nochmal in einem Plastikbeutel verpackt. Die Pappverpackung habe ich gerade nicht mehr, die habe ich nämlich einfrieren müssen, weil das Set hier wurde jetzt schon vor einer Woche geliefert und deswegen haben wir die eingefroren, damit die ihre Frische behalten. Wir werden die aber gleich nochmal mit anderen Burger Buns, die ebenfalls eingefroren wurden, die in derselben Verpackungen geliefert wurden und aus derselben Bäckerei kommen, vergleichen, denn ich weiß, wo die hergestellt werden und ich kann euch auch dazu noch ein paar interne Informationen geben. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt über den Preis sprechen, über die Fleischqualität, über die Herkunft sprechen und so weiter, werden wir die ganzen Produkte mal zubereiten, denn die brauchen jetzt so circa eine Dreiviertelstunde auf dem Grill. In der Zeit haben wir Zeit zu quatschen und danach werden wir mal beurteilen, ob die Produkte schmecken und wir werden gleichzeitig auch die Produkte aus dem Supermarkt zubereiten, werden das natürlich dann miteinander vergleichen, werden auch gucken, sind das dieselben Produkte umgelabelt und wenn es nicht dieselben Produkte sind, schmecken die hier denn auch wenigstens besser, denn teurer sind sie. Jetzt kann ich euch was zur Zubereitung sagen und das ist denkbar einfach. Alle drei Produkte werden tatsächlich auf dem Grill oder auch im Backofen, also bei indirekter Hitze, bei mittlerer Temperatur irgendwas zwischen 150, 180 Grad für eine Dreiviertelstunde zubereitet. Die Rippchen, die jetzt hier hinter mir auf dem Grill liegen, die werden so eine Viertelstunde vor Schluss dann nochmal geglazed, zum Beispiel mit der Barbecue-Soße von Sido, aber auch jede andere Barbecue-Soße ist möglich. Die Anleitung dazu, bei den Rippchen steht sie hinten drauf und hier habe ich jetzt gedacht, beim Pull Pork und beim Brisket, die Anleitung fehlt, muss man online nachsehen, aber nee, wenn man die aufmacht, steht die Anleitung dann doch mit auf der Verpackung drauf, also das denkbar einfach, kann man eigentlich keinen Fehler machen. Wobei, kann man eigentlich doch, zu hohe Temperatur wäre ein Fehler, beziehungsweise wenn es zu trocken wird. Jetzt hier beim Pulled Pork und beim Beef Brisket habe ich gesehen, nach dem Auspacken, und da müssen wir jetzt auch mal auf die Zubereitungsart gleich sprechen, weil das sieht ja am Anfang jetzt nicht so wirklich ansehnlich und appetitlich aus, das ist aber nochmal erklärt, sage ich gleich was zu. Die haben nicht so viel Flüssigkeit in der Verpackung und das kann natürlich jetzt auf dem Grill dazu führen, dass wenn wir die jetzt indirekt garen, die ein bisschen trocken werden, denn normalerweise, und ihr seht das hier bei den Supermarkt-Discounter-Produkten, ist da sehr viel Flüssigkeit bei. Das sieht noch unappetitlicher aus und ich muss sagen, die Sidos beste Produkte sehen da hingegen jetzt schon beim Auspacken deutlich besser aus, als jetzt diese Standard-Convenience-Produkte, aber sie haben eben diese Flüssigkeit nicht. Es steht bei der Anleitung auch nicht bei, dass man irgendwie Flüssigkeit mit reinpacken soll, also habe ich das jetzt auch nicht getan. Und deswegen liegt die Vermutung nahe, dass das vielleicht nachher ein bisschen trockener ist als das, aber das werden wir testen. Zum Thema Zubereitung. Warum sehen so Produkte so unappetitlich aus am Anfang? Weil sie Sous-Vide gegart wurden. Das bedeutet, Sous-Vide garen könnt ihr euch vorstellen wie ein Rückwärtsgarverfahren. Wir versuchen erstmal die richtige Kerntemperatur und Konsistenz hinzukriegen und im Nachhinein sorgen wir für Röstaromen, sorgen wir für die schöne Optik und so weiter. Wie wenn ihr ein Steak rückwärts grillt, heißt erstmal auf Kerntemperatur bringen, dann scharf angrillen, dann sieht es erstmal, bevor es scharf angegrillt wurde, auch eben nicht so toll aus wie nach dem scharfen Angrillen. Und genauso ist das mit dem Sous-Vide-Verfahren auch ein sehr schonendes Garverfahren, das häufig angewendet wird und auch häufig von Grillern angewendet wird, zum Beispiel auch um Steaks zuzubereiten. Und dieses Sous-Vide-Garverfahren ist jetzt eigentlich nichts, was die Qualität eines Produktes schlechter macht. Also auch wenn das hier Fertigprodukte sind, ist dieses Garverfahren Standard, der auch von privaten Leuten so zu Hause angewandt wird. Eine Einschränkung gibt es aber beim Sous-Vide-Garverfahren und zwar ist das der Rauchgeschmack. Bei Barbecue-Produkten wollen wir ja ein Raucharoma. Bei Brisket, das lebt von Raucharoma. Pulled Pork ist geiler mit Raucharoma, solange man das natürlich mag. Und auch Rippchen sind eigentlich bekannt für das Raucharoma, denn das sind ja die heiligen Dreifaltigkeiten. Das bedeutet, ein Barbecue und Barbecue lebt von Rauchgeschmack, sollten bei diesen drei Produkten Rauchgeschmack vorhanden sein. Kriege ich mit einem Sous-Vide-Garverfahren nicht hin. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob die bei den Gewürzen und bei den Soßen dann eben mit Raucharoma getrickst haben, um das hinzukriegen oder gänzlich darauf verzichtet haben. Aber da kommen wir gleich zu, auch wenn wir über die Soßen, Gewürze und Zutaten sprechen. Vorher aber einmal zur Herkunft vom Fleisch. Und da muss ich sagen, das Ganze ist relativ intransparent. Ich kann bei Kreuzers eigentlich nicht wissen, wo das Fleisch herkommt. Ich kriege nur per Code den letzten Betrieb, der das Fleisch zerlegt hat, verarbeitet hat, angegeben. Und dieser Vertrieb ist immer unterschiedlich. Je nach Produkt und je nachdem, wo die dann eben welches Fleisch in Deutschland bezogen haben, ist dann eben auch der zuletzt zerlegende Betrieb ein anderer. Je nachdem, was eben näher zu erreichen ist, was wirtschaftlicher ist. Was aber rein gar nichts über die Fleischqualität und die Herkunft der Tiere aussagt. Wenn ihr den Kanal aber kennt, wisst ihr, dass das für mich kein Hindernis ist. Ich habe recherchiert, erst mal in Eigenrecherche, habe geguckt und so weiter. Habe auch hier bei den Supermarktprodukten geguckt, wo kommen die denn her. Dann habe ich natürlich einmal anonym den Kundensupport bei Kreuzers angefragt. Und dann habe ich mich heute noch an dem Tag, wo ich das Video drehe, jetzt erst bei Kreuzers zu erkennen gegeben und gesagt, hey, ich drehe ein Video. Ich bräuchte noch ein paar Informationen. Habt ihr welche für mich oder nicht? Und kann jetzt nochmal im Rahmen einer journalistischen Recherche ein paar Informationen für euch bekommen, die ihr sonst an anderer Stelle so nicht bekommt. Verarbeitet wird das Fleisch zum Beispiel von Westfleisch. Und Westfleisch ist vielleicht euch ein Begriff. Das ist ein sehr, sehr großer Fleischproduzent, nicht ganz, aber eben ein Fleischverarbeitungsbetrieb, wo täglich tausende von Stücke Fleisch durchgehen. Und da liegt natürlich immer die Vermutung nahe beim Verbraucher, oh, das Ganze ist Massentierhaltung, ganz typisch. Habe ich auch erst mal gedacht und habe natürlich mir dann auch angeguckt, wo kriegen die Supermärkte und Discounter so ihr Fleisch her und was sind das für Haltungsstufen. Und da muss man ganz klar sagen, das hier sind Haltungsstufen 1 und 2. Ja, bei den Rippchen stand jetzt drauf Haltungsstufe 2. Und man kann das so ein bisschen trennen. Wir haben Haltungsstufe 1 bis 4. 1 und 2 sind quasi so eine untere Kategorie. 3 und 4 sind eine obere Kategorie. Und deswegen habe ich natürlich gedacht, okay, gut, von Kreuzers die Produkte mit Sido werden wahrscheinlich auch dann einfach das Fleisch sein. Weil wenn ich so intransparent mit solchen Infos umgehe, wenn ich mein Fleisch in solchen Großbetrieben verarbeiten lasse, dann liegt natürlich auch die Vermutung nahe, dass ich vielleicht nicht das beste Fleisch verwende. Also nicht Haltungsstufe 3 oder 4. Haltungsstufe 4 wäre quasi schon ein Bio-Anspruch. Also dasselbe, was ich auch bekomme, wenn ich ein Produkt mit Bio-Label draufkaufe. Und deshalb habe ich nachgefragt. Einmal anonym. Dort wurde mir zugesichert, dass die Qualitätsstufen grad 3 und 4 sind. Und dann habe ich heute nochmal mit denen telefoniert. Und auch dort wurde mir nochmal ganz ehrlich gesagt, es ist Stufe 3 und 4. Und die haben auch ganz ehrlich gesagt, die wollten eigentlich nur Stufe 4 haben. Aufgrund der großen Nachfrage kriegen sie es aber momentan nicht hin, nur Stufe 4 zu liefern. Also ist auch Haltungsstufe 3 mit dabei. Und sie haben auch ganz ehrlich dazu gesagt, wenn die Nachfrage noch größer wird, können sie Haltungsstufe 4 immer weniger anbieten und können fast nur noch Haltungsstufe 3 anbieten, weil Haltungsstufe 4 einfach in der Masse, wie es nachgefragt wird, gar nicht verfügbar ist. Die sind also dann da doch ganz transparent. Aber das muss man nachfragen. Das kriegt man leider so nicht auf der Webseite. Wenn ich also was zu verbessern hätte, dann schreibt das doch so transparent auch auf die Webseite. Das bedeutet allerdings jetzt schon, die Produkte heben sich von den Standard-Supermarkt- und Discounterprodukten ab. Das ist wirklich ein eigens entwickeltes Produkt. Erstens, wir haben eine deutlich bessere Tierhaltung. Zweitens, wir haben auf jeden Fall die eigenen Gewürzen, die eigenen Soßen dafür gebraucht. Das heißt, es ist nicht einfach an irgendeinen Hersteller herangetreten worden, gesagt, hey, du machst doch hier für Supermarkt XY das Pulled Pork. Mach das doch für uns auch. Wir machen ein anderes Label drauf und fertig. Sondern es wurde ein eigenes Produkt kreiert. Ob das jetzt besser ist und ob da jetzt Hirnschmalz drin steckt, das schauen wir jetzt im weiteren Verlauf. Kommen wir jetzt zu Gewürzen und Soßen. Und hier habe ich ganz am Anfang gedacht, die sind schlichtweg geklaut. Geklaut ist jetzt ein böses Wort, aber einfach umgelabelt von einem anderen Hersteller, nämlich hier von Sausguru. Sausguru stellt nämlich die Soßen und die Gewürze hier für Sidos Beste her. Jetzt kann man natürlich einfach die Produkte eines Herstellers umlabeln, seinen eigenen Namen draufschreiben, die Inhaltsstoffe sind dieselben und dann für denselben oder höheren Preis ebenfalls anbieten. Oder man sagt dem Hersteller, hey, ich hätte gerne eine andere Rezeptur und stellt dann seine eigenen Produkte bei dem Hersteller her. Dann steht da auch Sausguru drauf. Dann ist es aber letztendlich nicht irgendwie dasselbe Produkt, sondern man hat tatsächlich was Neues geschaffen. Mein Verdacht hier lag nahe, dass es aber kein neues Produkt ist, weil der Barbecue Beef Rub hier, den habe ich verglichen mit einem anderen Sausguru Rub und zwar dem sogenannten Beef Bark. Schaut online mal nach. Ich habe leider gerade keine Packung mehr hier, aber ich kenne den, habe den probiert. Ich weiß, wie der schmeckt. Ich kenne die Zutatenliste und deswegen habe ich erst mal gedacht, hm, der hört sich sehr ähnlich an. Habe dann einmal recherchiert und habe festgestellt, die Zutaten in derselben Reihenfolge mit denselben Zutaten und dieselben Nährwerte sind 1 zu 1 identisch mit diesem Rub. Und habe natürlich dann gedacht, das ist dasselbe. Das ist nur umgelabelt. Und ich weiß auch, der Beef Bark Rub von Sausguru ist online ein Ticken günstiger zu erwerben als dieser Rub hier. Was mich aber so ein bisschen hat stutzen lassen ist, ich finde den Barbecue Pork Rub von Sausguru überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Und ich finde auch hier die Soße, die Barbecue Soße von Sausguru überhaupt nicht in dieser Form. Das naheliegendste von Sausguru ist die Champions Choice. Und die Champions Choice, wer meine Videos kennt, ist eine meiner Lieblings Barbecue Soßen. Und die hier ist so ein bisschen wahrscheinlich daran angelehnt. Und ich sage euch gleich was zum Herstellungsprozess und sage euch, warum ich glaube, dass sie ein bisschen daran angelehnt ist. Aber die ist trotzdem was ganz anderes. Und deswegen habe ich auch hier nachgefragt, weil auch das kann man leider nicht so transparent einsehen online, ob das wirklich eigene Produkte sind oder ob die letztendlich nur umgelabelt sind. Und natürlich haben wir gesagt, die sind nicht umgelabelt. Die sind eigens entwickelt und auch mit Sido zusammen entwickelt. Da kommen wir gleich darauf zu sprechen, wie viel Sido hier überhaupt mitgearbeitet hat. Aber diese Info habe ich mir nochmal verifizieren lassen in einem persönlichen Telefonat eben heute vor diesem Videodreh und habe mir nochmal zusichern lassen, dass das nicht derselbe Rub ist, obwohl es dieselben Zutaten sind. Denn hier gibt es den Punkt Gewürze. Und bei Gewürze ist hier, ich darf euch jetzt leider nicht alles natürlich sagen, ich kann euch nicht das ganze Rezept sagen, aber ich weiß, hier drin ist kein Muskatnuss. In dem anderen Rub von Sausguru Beefbark nämlich, da ist Muskatnuss drin enthalten. Hier ist es das nicht. Und das ist wirklich eine eigene Rezeptur, unterscheidet sich aber von dem Sausguru Rub nur in der Gewürzzusammenstellung, in allem anderen nicht. Das bedeutet letztendlich, Sausguru hat eine Palette zur Verfügung gestellt, hat gesagt, hier, das haben wir zur Auswahl. Was davon wollt ihr als Grundlage nehmen? Wahrscheinlich wurde der Beefbark Rub als Grundlage genommen und dann nochmal Schritt für Schritt verfeinert, angepasst, nach dem Geschmack, den die haben wollten. Und das haben die in Zusammenarbeit mit Sido gemacht. Das bedeutet, und das ist jetzt meine persönliche Vermutung, also jetzt hier nichts mehr in den Mund legen, sondern ich vermute, dass das so ist. Sausguru hat Produkte zur Verfügung gestellt, sagt hier, das ist unsere Palette, da könnt ihr ein bisschen was dran anpassen. Dann ist Kreuzers hingegangen, hat gesagt, okay, wir verändern das so und so und so. Und hat dann Sido ein paar dieser Produkte geschickt und hat gesagt, hey Sido, was sagst du denn? Was würdest du gern haben? Dann hat Sido gesagt, so das ist geil, aber da würde ich gern noch das und das dran verändern. Und dann ging das so ein paar Mal hin und her, bis Sido und Kreuzers gesagt haben, das ist so, wie ich das haben will. Jetzt bin ich zufrieden, jetzt bin ich happy. Und dann ging das in Produktion. Das bedeutet, das sind eigene Produkte. Und auch die Vorgehensweise, wie ich sie gerade beschrieben habe, ist eine ganz klassische, normale Vorgehensweise. Daran kann man eigentlich keine Kritik üben, denn die meisten anderen, von denen ihr Gewürze kauft, stellen die nicht in ihrem Kämmerlein her, sondern eben bei irgendeinem großen Gewürzhersteller und Soßenhersteller. Und deswegen ist das ein ganz normaler Ablauf und nicht als Kritik zu sehen, sondern als was Positives. Denn hier wurde sich wirklich Arbeit gemacht, hier wurden sich wirklich Gedanken gemacht und hier steckt letztendlich auch der Hirnschmalz von Sido mit drin. Ob das Ganze jetzt aber auch schmeckt, ob Sido seinen Job gut gemacht hat, das gucken wir gleich. Bevor wir jetzt über den Preis sprechen, die Preise vergleichen, die Buns hier vergleichen und darüber sprechen, wo die herkommen und wie gut die sind und so weiter und so fort, werden wir erstmal jetzt zu Ende grillen. Ich werde ein bisschen was verkosten und wir sprechen über den Geschmack. Da wir jetzt hier alles verköstigt haben, kann ich euch sagen, wie für mich der Geschmack war, wie für mich auch das Grillerlebnis war, was ich euch dazu sagen kann, zur Konsistenz und so weiter. Kann euch aber auch sagen, wie hier meine Leute das empfunden haben und ob es da vielleicht unterschiedliche Meinungen zu gibt. Wir haben beim Verkosten gerade immer so unseren Favoriten gewählt und haben immer so ein kleines Stäbchen hier, so einen Spieß mit daneben gelegt und dann seht ihr, wer was jetzt am besten fandet und wie alles abgeschnitten hat. Und dann habt ihr nicht nur meine subjektive Meinung, sondern hier die Meinung von vier verschiedenen Personen. Fangen wir an mit den Rippchen, die haben wir zuerst jetzt gerade verköstigt und da musste ich beim Auspacken feststellen, die sind relativ fest vom Gefühl her. Da sind andere Rippchen aus dem Supermarkt, jetzt zum Beispiel auch die, mit denen ich das verglichen habe, deutlich zarter schon gewesen. Also die waren so ein bisschen weicher beim Rauspacken aus der Verpackung. Aber die Rippchen von Sidos Beste sahen deutlich appetitlicher schon aus, auch wenn beide natürlich jetzt nach sowie gegartem Verfahren nicht wirklich appetitlich aussehen. Auf dem Grill haben wir die nach einer halben Stunde mit Barbecue-Soße glasiert. Die von Sidos Beste natürlich auch mit der Sidos Beste Barbecue-Soße und die aus dem Supermarkt mit der Sausguru Champions-Choice Barbecue-Soße. Und da muss ich sagen, die Soßen sehen sehr ähnlich aus, haben aber tatsächlich einen deutlich unterschiedlichen Geschmack und darüber hinaus auch eine deutlich unterschiedliche Konsistenz. Die Sidos Beste Barbecue-Soße ist deutlich besser geeignet zum Glazen, weil sie nicht so flüssig ist, sondern deutlich fester ist und die Rippchen werden damit nachher noch schöner. Die werden noch gleichmäßiger. Nachher nehmen die diese rote typische Rippchenfarbe an. Geschmacklich haben wir tatsächlich dann auch Unterschiede zwischen den beiden, aber genau gegenteilig. Bedeutet, am Anfang waren Sidos Beste ein bisschen fester vom Gefühl her und die Supermarkt-Rippchen deutlich weicher. Am Ende waren Sidos Beste deutlich zerfalliger und das Fleisch war von der Konsistenz her nicht matschig, wie man das häufig bei Supermarkt-Rippchen so hat. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, einen Test verlinke ich euch hier oben, könnt ihr euch anschauen. Da war ein großer Kritikpunkt, das Fleisch ist nicht von der Konsistenz her so, wie man das kennt, wenn man das selber macht, sondern so ein bisschen matschiger ist, als wenn es zu lange eingelegt war. Und das war jetzt hier bei den Produkten von Sidos Beste überhaupt nicht der Fall. Von der Konsistenz her des Fleisches war es so, als hätte ich das selber gemacht, ohne Rauchverfahren, also ohne die zu räuchern, sondern wirklich mit einer Dämpfphase selber gemacht für knappe zwei Stunden. Denn die waren nahezu voll auf the bone, aber nicht ganz. Also sie hatten noch so ein ganz kleines bisschen Biss, aber auf gar keinen Fall unangenehm, sondern einfach nur nicht komplett zerfallig. Das ist eben Geschmackssache, was man haben will. Wenn man die komplett zerfallig haben will, dann waren die nicht so. Aber ich glaube, keiner von euch würde sagen, das sind keine guten Rippchen. Jeder von euch würde sagen, die sind aber weich, die sind aber angenehm vom Mundgefühl. Bei den Supermarkt-Rippchen hingegen war es ganz anders. Die auseinanderzuziehen, das war fast schon eine Herkules-Aufgabe. Wenn man das jetzt in Anbetracht auf Rippchen sieht, natürlich war das jetzt nicht so schwer, aber es war einfach deutlich zäher. Es war deutlich fester im Vergleich. Das Fleisch löste sich nicht so schön vom Knochen ab. Und trotzdem war das Fleisch vom Mundgefühl her ein bisschen matschiger. Also da muss ich wirklich sagen, Sidos Beste ist da nicht einfach irgendein Supermarktprodukt, wie man das schon kennt, sondern das ist letztendlich wirklich ein vernünftiges Herstellungsverfahren. Man kriegt nachher auch ein vernünftiges Ergebnis. Ob das jetzt an wirklich Selbstgemachte herankommt, das klären wir gleich nochmal im Fazit. Kommen wir jetzt zum Brisket. Das Brisket haben wir danach verköstigt und da muss ich sagen, ich hatte zwei Stücke. Da habe ich gedacht, zwei Endstücke, das ist jetzt so ein bisschen doof. Und daran seht ihr auch, ich kriege hier keine Sonderbehandlung. Ich habe wirklich anonym bestellt. Die wussten nicht, dass ich bestelle. Die wussten bis heute nicht, dass ich ein Video drüber mache. Nur heute habe ich mich dann mal geoutet und dann nochmal ein paar Informationen reingeholt. Das waren zwei Endstücke, wo ich sage, ich hätte lieber ein großes Stück gehabt, was saftiger geworden wäre, wo vielleicht Point und Flat zusammen gewesen wären. Bei einem Brisket erkläre ich euch mal in einem Extra-Video, wenn euch das interessiert, gerne ein Abo dalassen. Aber das besteht letztendlich aus zwei Teilen. Und ich habe jetzt im Nachhinein das Gefühl, ich hatte auch zwei Teile. Denn das eine Stück war deutlich trockener als das andere. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es trocken war, aber es war trockener als das andere. Das andere würde ich sagen, das war wirklich gut. Das war wirklich gut. Wobei ich sagen muss, ein Brisket lebt vom Rauchgeschmack. Und das Brisket hatte leider keinen wirklichen Rauchgeschmack. Aber von der Konsistenz her, vom Geschmack her, also vom Fleischgeschmack her, war das gut. Wenn man sich jetzt Briskets, die es manchmal saisonal auch im Supermarkt oder Discounter gibt, ihr seht, ich habe jetzt leider gerade keins hier, weil aktuell ist die Saison nicht dafür. Ich habe keins bekommen, ich konnte es nicht vergleichen. Aber wenn man sich das mal holt, dann weiß man, wenn man das schon mal probiert hat, das schmeckt so ein bisschen typisch nach Fertiggericht, diesen Geschmacksverstärker-Geschmack, dieses Tütensuppenmäßige. Und ja, das ist einfach nicht das, was man sich unter einem Brisket vorstellt. Sidos beste Brisket schmeckt nicht so. Das schmeckt wirklich nach Fleisch. Aber es fehlt der Rauchgeschmack. Muss man einfach an der Stelle auch sagen. Wenn ihr also ein Brisket mit Rauchgeschmack haben wollt, schwierig. Oder ihr faked euch das nochmal mit irgendeinem Gewürz oder eben Liquid Smoke. Übrigens, auch bei den Rippchen hatte ich einen Zuschnitt suboptimal, wo ich glaube, da habe ich eher die untere Fahnenstange bekommen. Die sehen normalerweise wahrscheinlich ein bisschen größer aus und haben hoffentlich auch ein bisschen mehr Fleischauflage. Falls nicht, könnte man das nämlich nochmal auch als Kritikpunkt ansehen. Kommen wir aber nochmal zurück, aufs Brisket zu sprechen. Es war, das eine Stück war sehr saftig. Das eine Stück war auch sehr zart. Das andere Stück war weniger saftig und weniger zart, aber immer noch okay. Würde aber sagen, das war jetzt kein Highlight. Deswegen, eventuell bekommt man mal bessere, mal schlechtere Stücke. Oder, das kann Kreuz das ja gerne in die Kommentare schreiben, es wird tatsächlich immer Point und Flat geliefert. Das weiß ich aber nicht. Ich gehe mal davon aus, es wird immer irgendwie ein Teilstück geliefert und wenn das zu klein ist, wird ein zweites mit reingepackt, damit man aufs Gewicht kommt. Kommen wir zum Pulled Pork und da fand ich die Zubereitungsweise so ein bisschen schwierig, wo ich gedacht habe, am Ende, habe ich da irgendwas überlesen? Habe ich was falsch gemacht? Weil wir bereiten das ohne Flüssigkeit zu. Das aus dem Supermarkt und Discounter, da ist eben Flüssigkeit mit drin, die kommt unten rein. Das Ganze liegt also in seiner Flüssigkeit, wird nochmal so ein bisschen gedämpft, kriegt die ganze Zeit so ein bisschen Flüssigkeit ab. Das von Sidos Beste nicht. Das kommt einfach aufs Backblech und liegt dann dort und wird außen trocken, muss man so sagen. Es ist auch außen trocken geworden und es war die ganze Zeit ein sehr fester Klumpen Fleisch. Klumpen ist jetzt zu negativ betont, aber es war sehr fest. Und als ich es dann gepullt habe, als es fertig war, muss ich sagen, es war innen überhaupt nicht so fest. Es war wirklich zart, es war wirklich saftig, aber es war nicht ganz so schmatzig, wie es das hätte sein können, wenn eben noch Flüssigkeit dabei gewesen wäre. Also hier würde ich vielleicht Kreuz das und Sido nochmal den Tipp geben, verfeinert das Zubereitungsverfahren. Sagt den Leuten wenigstens, die sollen da ein bisschen Apfelsaft reinkippen, die sollen ein bisschen Wasser mit reinkippen, aber Flüssigkeit sollte da sein, sonst wird das einfach zu trocken bzw. trockener, als es sein müsste. Denn innen war es wirklich gut. Innen sogar fast besser als das aus dem Supermarkt und Discounter, wobei ich von der Konsistenz her sagen würde, das vom Discounter war einfach nochmal weicher, nochmal zerfalliger, aber hatte auch wieder diesen Touch von diesem Matschigen. Das hatte das von Sidos Beste nicht. Geschmacklich, muss ich sagen, war Sidos Beste besser, aber zu wenig Gewürz. Ohne das zusätzliche Gewürz, den Pork Rub von Sidos Beste, wäre es einfach viel zu wenig gewesen. Ich habe ordentlich nachgewürzt und dann nochmal mit Barbecuesoße verfeinert und dann war es wirklich ein gutes Pulled Pork, aber auch hier der Rauchgeschmack hat gefehlt. Das Supermarkt Pulled Pork war von der Konsistenz her deutlich weicher, vom Fleisch her aber auch matschiger. Gewürztechnisch nicht auf so einem ganz hohen Level, dafür war es aber von Anfang an besser gewürzt und hatte mehr Geschmack aufgrund eben der Flüssigkeit, die mit Gewürzen dann eben noch mit dabei war. Dann hat man das direkt mit da zusammen gepullt, dann war es natürlich auch dadurch saftiger und deswegen war es ein bisschen vollmundiger. Das Sidos Beste hat aber nach dem Würzen und nach der Barbecuesoße natürlich nochmal besser geschmeckt. Wir haben jetzt noch zwei wichtige Punkte, den Preis und das Fazit und für wen das jetzt was ist und für wen das auf gar keinen Fall was ist. Und dafür werden wir uns jetzt nochmal hier ein paar Burger Buns machen mit Brisket, ein paar Burger Buns mit Pulled Pork und dann werden wir darüber sprechen. Jetzt kann ich euch auch was über die Buns sagen. Schwarze Buns haben wir hier und das ist tatsächlich nicht ein Standard-Bannrezept, sondern das haben die Jungs von der Burger Buns Bakery sich nochmal ertüftelt und das Ganze dann mit Kreuzers und Sido abgestimmt. Das bedeutet, Kreuzers und Sido haben dann dieses Rezept bekommen, diese Buns bekommen, haben dann gesagt, hier und da noch ein bisschen was anpassen und dann stand auch hier das gesamte Produkt. Also so, glaube ich, lief es auch durch die gesamte Produktserie. Das heißt, es wurden Produkte genommen, die wurden ein bisschen angepasst, die wurden dann mit Sido zusammen abgestimmt, bis letztendlich dann das Produkt bei rumgekommen ist, was wir heute dann auch kaufen können und ich jetzt hier vor mir auf dem Teller habe. Und ihr wisst, Burger Buns Bakery empfehle ich euch schon seit langem, also kann ich euch auch diese Buns hier empfehlen, denn ihr habt gesehen, wie fluffig die sind. Die sind letztendlich genauso fluffig wie diese hier und auch wenn das eine andere Rezeptur ist und das kann ich euch versichern, das ist es wirklich, es ist keine Standard-Rezeptur, ja, schmecke ich jetzt nicht den großen Unterschied. Aber Sido und Kreuzers haben sich das eben für sich gesichert, dieses Rezept, das werdet ihr also so nirgendwo anders bekommen. Kommen wir jetzt zum Preis. Und beim Preis, ja, kann man jetzt letztendlich natürlich immer Kritik üben, wenn etwas einen gewissen Preis hat und sagen, ja gut, das kann man auch günstiger irgendwie haben. Aber es ist die Frage, kann man das wirklich günstiger haben? Ja, wir können im Supermarkt vorgegarte Rippchen kaufen, wir können vorgegartes Pulled Pork kaufen und manchmal können wir auch vorgegartes Brisket kaufen, wobei ich weiß, das werden viele Supermärkte demnächst nicht mehr anbieten, weil das läuft nicht besonders gut. Warum läuft das nicht besonders gut? Weil das kaum einer essen will, weil es eben auch nicht besonders gut schmeckt. Das Brisket jetzt hier von Sidos Beste, das schmeckt nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt aber ein Brisket-Fan bin, wenn ich Barbecue mache, wenn ich Griller bin, wenn ich mich ein bisschen auskenne, wenn ich das vielleicht schon ein, zweimal gemacht habe und die Möglichkeit dazu habe, das zu machen, dann ist das Brisket, was wir jetzt hier von Sidos Beste probiert haben, kein Vergleich zu einem selbstgemachten. Und ein selbstgemachtes ist das billiger, naja, je nach Ausgangsprodukt. Und bei einem Brisket, sage ich euch ganz ehrlich, da steht das und fällt das Ergebnis mit dem Ausgangsprodukt. Je besser das Ausgangsprodukt, desto besser das Endprodukt und dann wird so ein Brisket auch selbst gemacht nicht besonders günstig. Die Preise vom Fleisch sind natürlich abhängig davon Fleischherkunft, Fleischqualität. Wie ist das Tier aufgewachsen? Wie wurde es geschlachtet? In welchen Mengen kaufe ich das ein? Und so weiter. Und wir haben hier eine relativ hohe Fleischqualität, die uns ein Discounter-Stück nicht liefert. Und geschmacklich eben auch etwas mehr, als der Discounter das liefert. Rechtfertigt das jetzt den, ja, gehobenen Preis des Fleisches, das muss jeder für sich überlegen. Dazu kommen wir aber im Fazit nochmal genauer. Bei den Gewürzen und den Soßen kann man das schon ein bisschen besser vergleichen. Weil bei den Soßen zum Beispiel, da wissen wir eine Barbecue-Soße in halben Liter, den gibt es so ab 3 Euro und das geht hoch bis 15 Euro für einen halben Liter. Und wir haben jetzt hier mit der Soße eine Soße, die liegt bei so knapp 9 Euro für einen halben Liter. Und damit sind wir so im gehobenen Preisbereich. Ist die Soße das wert? Ja, wenn man es sehr fruchtig mag, dann schon. Denn die Soße ist sehr fruchtig. Allerdings muss ich sagen, mir hat jetzt die von Saus Guru, die Champions Choice, tendenziell ein bisschen besser gefallen. Mit manchen Produkten, zum Beispiel mit dem Brisket, habe ich aber auch gesagt, da ist vielleicht die Sidos Beste doch dann besser im Zusammenspiel mit dem Gewürz von Sidos Beste. Also das ist schon abgestimmt, da merkt man schon, da steckt was dahinter. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, bei der Barbecue-Soße, aber auch bei den Gewürzen, ihr zahlt vielleicht einen Euro, vielleicht bei manchen Produkten auch mal zwei Euro drauf. Weil das Produkte sind, da steht Sido drauf. Muss man einfach so sagen, mein Eindruck ist, ein, zwei Euro könnten die Produkte günstiger sein, wenn Sido nicht mit da drin wäre. Aber dann hätten die eben auch nicht den Bekanntheitsgrad. Dann würden das eben Leute auch nicht kaufen, weil da Sido draufsteht. Und deswegen finde ich es vollkommen legitim und gerechtfertigt, dass Sido da eben ein, zwei Euro mehr dran verdient. Das ist in jedem Bereich so. Und da muss man wissen, wenn man ein Produkt mit so einem Namen kauft, dann zahlt man immer diesen Namen eben auch mit. Und das muss es euch wert sein. Ihr merkt, wir gehen schon so ein bisschen ins Fazit über. Da möchte ich noch ein, zwei Punkte zu euch sagen. Und zwar einmal zur Barbecue-Soße. Da muss ich sagen, auch wenn ich die Sausguru Barbecue-Soße einen Ticken besser finde, weiß ich sehr zu schätzen, was Sidos Beste, also Kreuzers und Sido da gemacht haben. Denn diese Soße hat als zweiten Punkt nicht Wasser auf der Zutatenliste, sondern Äpfel. Das bedeutet, wir haben hier keine verdünnte Barbecue-Soße mit relativ günstigen Zutaten, sondern eine sehr hochwertige Barbecue-Soße. Trotzdem natürlich sind Geschmäcker verschieden. Und ich muss ehrlich sagen, die ist mir ein Ticken zu süß. Aber wer wirklich so eine süße, fruchtige Barbecue-Soße haben möchte, der macht mit dieser Barbecue-Soße absolut nichts falsch. Die ist wirklich richtig gut. Dazu kommen die Zutaten bei den Gewürzen. Wir haben keine E-Nummern, wir haben keine Geschmacksverstärker, wir haben keine künstlichen Zusätze. Auch bei der Soße nicht. Und beim Fleisch auch nicht. Und das Fleisch ist mit denselben Gewürzen und der Soße gewürzt. Also da ist alles ein rundes Paket. Es passt alles zusammen. Auch die Harmonie zwischen dem Gewürz und der Soße passt scheinbar sehr gut. Also da steckt wirklich was dahinter. Da merkt man, da hat sich jemand Gedanken um dieses Produkt gemacht. Dieses Sidos Beste ist nicht einfach ein Werbeslogan, sondern der wollte wirklich vernünftige Produkte auf den Markt bringen. Und das finde ich lobenswert. Denn ich kann auch diesen Namen einfach nehmen und jetzt ausschlachten. Oder ich gehe mit meiner Verantwortung, die ich habe, positiv um und bringe Produkte auf den Markt, wo ich wirklich weiß, dass die gut sind. Wo ich wirklich dafür kontrolliere, dass die gut sind. Und in diesem Fall glaube ich wirklich, dass Sido das getan hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Video ist schon lang genug und ich könnte euch noch so viel mehr sagen, aber an dieser Stelle ist kein Platz dafür. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Folgt uns auf Instagram oder tretet unserer Facebook-Gruppe bei. Und dann können wir uns noch ein bisschen mehr darüber austauschen. Ob die Produkte jetzt was für euch sind oder nicht, hängt davon ab. Habt ihr die Möglichkeit, das selbst zu machen? Dann ganz ehrlich, macht es selbst. Habt ihr die Möglichkeit nicht, weil ihr nur Sommer, also Saisongriller seid und im Winter könnt ihr das nicht machen und ihr wollt im Winter mal sowas essen, dann ist Sidos Beste das momentan beste Fertigprodukt, was man auf dem Markt kaufen kann. Muss man einfach so sagen. Alles andere, was ich hier auf dem Kanal bisher getestet habe, was ich privat getestet habe, war schlechter. Muss ich auch an dieser Stelle so sagen. Also, für echte Griller, lasst die Finger davon, solange ihr es selber machen könnt. Könnt ihr es nicht selber machen und ihr wollt sowas essen, gibt es keine bessere Alternative als die Produkte von Sidos Beste. Und ich glaube, das ist das Fazit, was ich hier zum Abschluss auch wirklich ehrlich vertreten kann. Ich bin ehrlich positiv überrascht. Ich hätte mir das Ergebnis deutlich schlechter vorstellen können. Denn ich kenne solche Fertigprodukte ja. Und ich dachte auch am Anfang, das ist nichts anderes. Das sind umgelabelte Fertigprodukte. Die sind sowieso alle aus derselben Produktionsstätte. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Und ich muss auch geschmacklich sagen, das ist für ein Fertigprodukt wahrscheinlich so mit das Beste, was man da rausholen kann. Zum Thema Tierwohl, Haltungsstufe 4 oder 3. Tut mir den Gefallen. Kauft vielleicht doch nicht so viel davon ein. Dass wir Haltungsstufe 4 möglichst lange aufrechterhalten können. Einfach fürs Tierwohl. Und der Preis wird sich nicht ändern. Selbst wenn Haltungsstufe 3 ist, das ist nachher vom Einkauf für Kreuzers und Sido nicht so viel günstiger, dass die nachher irgendwas in der Marge machen können. Leider. Deswegen geht verantwortungsbewusst mit eurem Fleischkonsum um. Und dann können wir sowas auch noch lange genießen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.